Funktional, ergonomisch und ästhetisch, das Design wird immer wichtiger beim Autokauf. Auf der Essen-Motorshow stehen die Werke weltbekannter Autoschöpfer im Blickpunkt. Außerdem feiern mehrere sportliche Serienfahrzeuge ihre Premiere. Der Speedback GT von David Brown versetzt einen in die 60er. Für eine halbe Million Euro bietet er auch Gelegenheit zur Rast im Kofferraum. Giugiaro dagegen gibt tiefe Einblicke in den Motorraum seines Parcours. Die Essen-Motorshow öffnet vom 26. November bis zum 4. Dezember in der Messe Essen. Über 500 Aussteller präsentieren auf dem PS-Festival sportliche Serienfahrzeuge Tuning, Motorsport und Classic Cars.